Klicken Sie auf Link in der Beschreibung unten für die besten Dishow und Dies ist die Überprüfung der Dove Body Lotion Mandelmilch und Teebiskus Duft, DRIAPAK, 3-400ml, Produkt Kundenrezensionen Hilfreichste Kundenrezensionen 0 von 6 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich. Minus Von Christian Stark Leider ist eine von den 3 Flachen nicht mehr gut ranzig. Die BD anderen sind klasse, aber die andere stinkt und ist zäh. All 1 Kundenrezensionen anzeigen Produktbeschreibung Die Dove Verwöhnende Body Lotion vereint reichhaltige Creme und feine Mandelmilch. Sie pflegt die Haut intensiv und macht sie geschmeidig zart. Der Duft nach Hibiskus verwöhnt die Sinne und schafft eine Oase innerer Ruhe.Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Featuris Dove Verwöhnende Body Lotion mit Mandelmilch und Teebiskus Duft Punkt Sie können den Rest der Produktfotos über den Link in der Beschreibung zu sehen. Danke, dass Sie sich dieses Video Die Tee von Koffert Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020